Sag mal, hat er sich eigentlich bei dir entschuldigt? Was? Hat er sich bei dir entschuldigt? Wer denn? Bei der Fahrradfahrer, der über dein Gesicht gefahren ist. Brauchen wir eure Hilfe. Ja. Und zwar suche ich irgendwie eine Post oder sowas. Oh nee, so gut kenne ich mich hier doch nicht aus. Wir kommen auch nicht von hier. Ach, ihr kommt nicht von hier? Nee. Das ist echt scheiße. Du wirst nicht, wo eine Post ist. Nee, aber ich weiß nicht, ob so viele Menschen irgendeiner wird mir das bestimmt sagen. Ja. Okay. Mit Glück. Ja. Musst du was sagen? Was? Du scheinst tolle Brüste zu haben. Willst du mal meine sehen? Nee, sorry. Echt nicht. Entschuldigung, kennst du dich hier aus? Nee, sorry. Ich suche eigentlich eine Bank. Hast du schon mal auf meiner Xanderplatz besucht? Ja, aber ich weiß da nicht wo, also klar. Keine Ahnung, also ich kenne mich da auch nicht so gut aus. Ja, das macht nichts. Tschüss. Vielen Dank. Entschuldigung. Weißt du, wie lange sie schon zusammen sind? Immer deine Augenbrauen. Entschuldigung. Hast du vielleicht was zu essen dabei? Ich hab total Hunger. Oh krass, das ist meins. Oh, lecker. Geil. Oh, Glück. Oh, Glück muss man haben. Echt. Geil. Oh, lecker. Willst du auch was? Das ist total lecker. Oh, krass, geil. Hammer. Kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich war nur fünf Minuten weg. Ich hab noch mal einen Führerschein gemacht, ne? Ne, stimmt, ich hab gar keinen Führerschein. Ich hab noch nicht mal ein Auto. Mensch. Weißt du, wo ich hier eine Post finde? Was? Eine Post. Eine Post. Ja. Also, ich würde, wenn dann mal hochgehen und oben. Mhm. Also, hier unten auf den Fenst. Ja. Oh, du hast da einen Piep auf der Nase. Nein. Wie? Wieso rauchst du? Hör auf damit. Ja. Rauchen ist ungesund. Ja, ich weiß. Glaubst du da, Magie? Nein, nein, nein. Das ist die letzte. Keine Angst. Keine Angst. Ich geb sie dir wieder. Und zwar? Gib mal bitte. Ich vertrau mir, okay? Mhm. Mhm. Du kriegst sie wieder. So. Ja? Was machst du? So, jetzt ist sie aus. Hör auf mit dem Rauchen. Ist ungesund. Wirklich. Entschuldigung. Ja. Ist das gerade was verloren? Hä? Ist das deiner? Nee. Nein? Ich hab gesehen, wie du ihn verloren hast. Du brauchst dich nicht schämen. Steh dazu. Ich hab nur Schnappspannerei in meinem Keller. Hast du Bock rumzumachen? Entschuldigung. Du hast ja gerade was verloren. Ist das deiner? Nee. Achso, ist nicht deiner. Rosen sind rot, Feilchen sind blau. Ich kann gut fisten. Ja. Hallo. Wie geht's dir? Alles klar? Wollt ihr vielleicht auch noch was? Lass mal sein. Lass mal lieber. Du bist sympathisch. Nee, nee. Ich bin total unsempathisch. Das wirst du erst merken, wenn wir uns besser kennen. Okay. Erst denken die Leute, ah, das ist sympathisch. Und dann, du Arschloch. Ich muss ganz ehrlich sein. Ich bin jetzt nochmal hierher gekommen, weil ich dich interessant finde. Mich? Warum denn? Ich weiß nicht, was es ist. Kennst du es nicht? Du triffst irgendwie Menschen und denkst so, oh, ist das interessant. Kannst du mir einfach mal deine Kommunikationsnummer geben? Oh, okay. Ja, gerne. Also, es hat mich gefreut. Bilga, gucken wie du riechst. Du hast kein Parfüm drauf. Nee, aber ich benutze eigentlich eins. Und du? Mal gucken. Nein, nicht. Ich rieche doch eins. Riecht aber beide ganz gut. So, 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 so eine Note Katzenklo mit Toiletten, mit Toiletten. Oh, Wienstein. Ja, ja. Okay. Wir sehen uns. Tschüss. Wir sehen uns. Tschüss.